Musik 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 Ach, ich hab noch gar nicht nach Waffen geguckt Oh, ii, ah, oh, oh Stimmt, da wollte ich noch was gucken Musik 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 Was ist die hier? Musik Zum Glück Musik 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 Das ist ja geil. Während Hähnchen da noch ein bisschen braucht. Ich kann ja hier schon mal im Untergrund einbissen. Oh mein Gott. Ich darf auf gar keinen Fall mehr sterben. Ah, kennst du, kennst du so richtig Wurstgrünasch aber ohne Wurst? Alter, ist das Affenmelodie? Was? Verdammt, das ist Affenmusik da oben, Wichser. Was? Ach du Scheiße. Hast du wieder dein Radio angeschaltet oder was? Ne, du hast vergessen da jetzt auszustellen. Ich bin der Floraner. Oh mein Gott. Oh, was ist denn hier gleich los, Alter? Au! Aua! Warte noch auf mich. Ich bin hier nur unten gewesen. Äh, oh. Oh. Wieso bin ich vor dir? Hä? Hä? Du bist die Formel. Noch? Nein. Ach so, du bist in die andere Richtung gelaufen. Ach so, klar. Du bistить jetzt bei euch keiner drin ist. Eine Kiste? Nein. Nichts? Nein. Oh, the fucky Scheiße. Schreib runter! Ich完了, dass du an die Kiste gegeben hab faft ist COVID. Bounce, 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 Drawing Bounce und ein Schmännchen. Oh, ein Schmännchen. Ich muss verkaufen. Glaubst du nicht, das ist so ein Ultra-Parn, Kevin, Alter? Glaubst du, sonst hätte ich mich hier erst da hochfahren müssen, Regi? Okay, klappt so. Hallo? Wieso baut er nicht? Das ist kein Schilder, planiert hier, du Macker. Nee, ist auch ein Wüstenplanet. Das ist kein Schilder, das ist kein Schilder. Das ist ein Blubhörn für eine Knochen-Tür. Ja. 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 Kiste ach da unten ich guck mal was drin ach du nicht da hast du mal Glück halt auch nicht was war da denn alles drin, ne Waffe A special barrier also du diese du kommst ja nicht vorbei Feuerwand weil du kommst ja nicht vorbei du kommst ja nicht vorbei oh meine Kiste ja klar ach ne daran glaube ich nicht ne das war nur ein so manipulator und bisschen Kohle fällig das ist eigentlich schon nicht schlecht aber guck mal irgendwie hier auch wenn der Plan nicht anstrengend ist aber guck mal wir machen kein Licht ne ich nicht ja guck doch mal hier ja aber warum mach ich denn kein Licht ja komm mal hier runter komm doch einfach mal hier runter ja warte ach 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 du mach kein Licht ja du musst das auch in den Rüstungsslot reinpacken das Alter so eine Kiste Kiste weiß ich desert Knochen Knochen klochen ist das alles aus Samt die Pex oh scheiße ich balle euch alle weg hier was? ich balle euch alle weg was ist das denn? vollbäude was ist das denn? die kenne ich gar nicht ne sind das die Menschen? oh Alter ich kann ja alles gerade produzieren Tuxlimbar was? man muss raus um rüber zu kommen Silberbahn alter 39 Tuxlimbars 32 Silberbars 4 Iron 7 Gold und was kann ich noch machen? 37 wollen wir dem mal sein ganzes Haus abreißen Alter ich will das Bett da oben haben und eine Mittelschaff Friot Clay oh alter Clay Alter boah 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 ähm so geht mir nicht auf jeden Fall mit und ein Kaktus ich wurde ein Windlos für dich aber die können wir ja selber craften die können wir ja selber craften ja hab ich aber mitgebracht halt hab ich mitgebracht eh 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 oh das kann sie behalten die liegen ja auch noch mit vor drauf da waren auch ein paar Wurzige los ne die Waffe ist echt warm die Hürden lauf welch ist anstrengend alter die Kisteạnh heftig ha 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 ich bin der idiot ha 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 ah ha 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 ich hab jetzt wieder dazugehörende Hose Upp Upp und ob das mit dieser komischen blauen kaktieren kann sie übrigens auch mit wir sind das so gut und das ist ein dass diese mehr heilungen sind das nicht hier wie heißen die das bett ist cool du hast sie gar nichts zu melden ja ich habe eine banane auf dem kopf hier die tür nehme ich hier auch noch mit kommt ein sandsturm weißt du bist du bekloppt und bin voll am sterben dabei darf ich doch nicht sterben du übrigens auch nicht wieso darf ich nicht sterben ach wenn ich dann trotzdem fixe der ansteigt staubend ihr kannst einsammeln auf 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 Ach du krank, ich dachte, was in die Pflanze Ähm Ich friere den ein Scheiße Oh 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 nein Wir sollten das Holz mitnehmen Wieso? Weil das, glaube ich, besonderes Holz ist Ja Rainbow Wood Okay Was? Ach, das ist eine Kiste, Alter Du scheiß Geier, Alter Was ist das, Alter? Wir sind hier arbeiten, Alter Und nicht Geier zu werden Boah, ich hab voll Hunger Wo ist das, was? Sag, oh nein, 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 der normale Aber auch nur, weil ich voll Bock hatte auf, äh, uh, die Schuhebrot? Also hast du dir, äh, Hawaii geholt Ja Aber auch nur, weil ich, äh, voll Bock hatte, äh, auf Hawaii mit, wie hier die sind, äh, Chili schon Schmeckt voll geil Hawaii Pizza schön, äh, mit Chili geholt Ach, nee, Quatsch, ich Idiot, aaaaaaah Ich voll Idiot Ich hab mir doch gestern keine Hawaii geholt, ich Idiot Oh Gott, ey Wieso? Wie komm ich jetzt auf, äh, die Hawaii Pizza? Ich hab mir die, äh, äh, die Aktions Pizza geholt Ach, die Bütte, ne? Fleisch? Ja, aber, war mir zu meins Okay Ich mag, ich mag die Soße überhaupt gar nicht Ich fahr da auch noch, was das sowieso ist Ich glaub noch Hm? Glaub ich Warte, ne? Ich weiß, wer soll's ausfüßen Ach du fuck, hier müssen wir uns durch den Bergloch Fand ich aber echt eklig Also jetzt nicht so eklig, aber, ich fand das jetzt nicht so lecker Das ist nicht schon mein Fall Der Rest der Pizza war natürlich mega geil Oh, das Dönerfleisch ist, äh, ganz okay, aber nicht im Vergleich zu dem damals Oh, da oben sind Banditengariter zwischen von der anderen Seite jetzt hochklappen Äh Oh, Alter, was ist das denn für ein Geiler? Warum den will ich haben? Boah Boah Komm her, Assistant Gast voningo PT Alter, wie? Du nimmst jetzt die Arbeit, die ich anführt Finish er ich will wissen was anderes ohr hier abdauer er hat abnimmt er so das ist der Augenblick wofür ich verstehe ich mir Störer an ihr an den Quatsch werden müssen ja gar nicht Was ist das denn da? Das ist übrigens hier wieder... Ähhh... Oh.. Äh... Avian wieder? Also, dieses. Das ist... Äh... Ooooooooooooooh! Ja, ich sag da auch mal, Alter. Ooooooooh! Ich hätte keinen Balken mehr da oben. Äh was? OH NEIN! Was hast du denn? Da ist der Vogel! Ich kann dir nicht helfen! Alter, schießt! Alter, älter! Alter, ich wollte gerade mal was trinken! Alter! Uah! Alter! Zwei Bongos! Geil! Ja, die meine ich auch! Alter! Alter! Boop! Geil, so mit Bongos bist du und so rumfallen, Alter! Sind wir heute über Bongos! Über Mangos mit Bongos! Alter! Ah! 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 Alter, leben die hier mit Haustieren? Ahaha, Alter! Ja klar! Hälfte, wie ist das? Oh, oh! Gehen den den an! Alter, was hab ich denn da gefunden? Oh, oh! He? Was war das denn?! die post hier bei ich hab eine hose dafür das ist die große also also ich habe beides das wollte ich damit sagen die grünen blubbel kannst du uns auch ein pixel das sind kisten das war k cool die leere kiste richtig schnee so weit so weit hüa ach was ehrlich etwas kommt es in den drei cool Update. Oh. Oh. Ähm. Hä? Mach da einfach das Licht auf. Ne. Ich hab die Tür zugemacht. Hör da auf, Alter. Boah! Du Sack! Mach da einfach die Tür wieder auf! Du Penner! Danke! Ja, weil du immer alles durchfällst. Wie viel hab ich jetzt noch in der Länge gemacht? Alter, wie fehlt noch einer? Dann kann ich erst die nächste Stufen machen. Ich hab 15. Den nächsten finde ich nicht schon der Chris. Falls er nicht vorher ist. Ja, ich hab ihn. Also, cool. Hey! Oh! Meine Kiste. Meine keine. Ich will wenigstens so gucken. Die Kiste. Die Computer haben ja alles. Warte mal. Jetzt mach ich dieses 4x4 mal. So, jetzt brauch ich 4x4 ab, Alter. Voll gegen so ein Stachel geflogen. Oh, Alter. Voll gegen so ein Stachel geflogen. Boah. Wieder hin. Alter. Ich bin Scharfschütze. Vergnäßt. Problem ist, man guckt halt immer nur in deiner Richtung. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber... Ist schon cool. Ah, Zähne. Ich hab meine Zähne wieder gefunden. Danke. Hier geht es nicht weiter, oder? Na, deswegen gehe ich auch langsam nach oben wieder. Das stimmt, wir lassen uns mal oben. Na ja. 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 Oh wow. Hey! Ich bin die Wüsten Erdbeere. Das ist ein Big Banana, aber bitte was. Okay. Was sie machen. Was ist das denn? Warum? Die Dinger sind gut zum Essen. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Mit einer Pistole. Was war das denn? Was sind das denn für? Ach, das ist voll ein Block. Ach was. Was ist das denn? Hm? Ah! Boah, Alter. Geil. Ich hab einhändige Granaten für einen Launcher gefunden. Tür auf raus schießen, Tür zu. Ach, Alter. 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 Das ist ein Plasma-Mine. Geil. Ach, cool. Danke für die Pixel. Du kannst wirklichychité von Videos zum Synden geben. Hi, das ist ein zum Ass popular. Was ist hier? Ja. Oh. Ach, crap. Und dann ist er schief. Und dann ist er bei einem… Nein, Alter. Ah, Batterien! Und die Kiste lässt ja leben. Aber irgendwie nicht gut. Aua, Aua, Aua! Geil, Blümchen nicht richtig, Alter. Oh, die Hilfledermaus. Ah, Alter. Oua, Alter. Nicht da rein. Heil dich voll. Ja, echt. Das ist doch eigentlich alles der Sand, den man hier so zack, zack von unten schön wegraben kann. Eeeh, nicht alles aber... Ja, ja, oh ja, hier. Oh, Alter, das mache ich jetzt auch. Ich will jetzt auch noch zugucken. Hä? Ach was? Die haben die Vlies, äh, äh, äh. Ach nee, da waren einfach nur die Dinger. Oh, jetzt habe ich mich eingebuddelt. Äh, äh. Scheiße, Alter. Haben wir... Hm? Ich habe keine, wie heißt der Fackel gemacht? Ich glaube, wir müssen gleich den umrunden. Komm mal zu mir. Ich denke, wir haben den umrunden, weil hier ist genau das, wo ich vorhin reingefallen bin. Äh. Ja, das ist das. Ja, aber lass uns weiterziehen, ne? Hier ist ja nur so ein wirklicher Album. Oh, Alter, das ist auch schon wieder halb zwei hier da hoch. Alter, diese perfekte Musik mit dem Akku-Geschrei. Oh. 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 Ja, da können wir doch machen. Wir haben doch jetzt diese... Wir könnten das doch bauen. Ja, aber der ist risky. Ach so, oh ja, risky ist richtig. Da haben wir noch einen, äh... Äh. Oh. Warte mal, wir können ja jetzt ein bisschen weiter fliegen. Oh, ein Sno... Extrem, okay. Unbekannt, unbekannt. Alter, diese Affenmusik, ne? Feuerhaft. Oh, Jewel. Dangerous. Ja, Alter. Was ist das denn? Was ist das? An ancient gateway. Ein... 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 Ein ancient gateway? Hm. Okay, also hier... Was haben wir denn hier? Frozen. Jungle dangerous. Hm. Risky Ein Schneeplanet Oh, Grassland, Risky, auch schade Ob wir da schon eigentlich hinkönnen? Keine Ahnung, Leute Wollen wir das mal versuchen? Ich bin bei 8908 Gold Äh, Pixel, also Dach uns lieber, wie hast du das hier ein, neben der ein bisschen schwächer ist Wie Pixel hab ich denn? 5060 Seine Schlange gerade mal ein bisschen angetatscht Scheiß Schlange, ey Tatscht da seine Schlange an die Klauselhälte Irgendwie moderat Ah, hier, ein Forest Planet Ja, wie immer Ja, was anderes können wir nicht Wir können nur, äh, Desert und Fouls Und hier dieses, äh, äh, diese, ganz, diese ganz billige Klauselhälte Ey Lass mich bitte helfen Hallo Rüchen Alter, was kann man denn hier machen? Cooked Fish Oh Oh nein, ich will keine Ich will mal was essen Da hat sich das Spiel aufgehangen, oder fliegen wir irgendwie so weit? Ach gut Früher gab es doch mal den Pakt, wo man wirklich ewig, wie es seit ewig weit geflogen ist Ja, das stimmt Dura Steel Bar, was? Alter Hä, wieso können wir plötzlich Dura Steel Bars machen? Dura Steel Ore? Es gibt jetzt Dunkel Es gibt jetzt Dura Steel Ore? Okay So, diesmal mache ich eine Pakt, das ist echt okay Und jetzt kann ich noch gar nicht mehr, das ist echt okay